Moin moin, herzlich willkommen zu Yu-Gi-Oh! DevPro, mein Gegner, der Core-Fan, dessen Name wir ergründen konnten. Und ja, das war Ritual Beginn wieder mal und ich gewinne. Vielen Dank fürs Zusehen, bis dann. Nein, nein, nein. Es geht noch weiter. Ich kenne da einen super Kanal, den man abonnieren könnte. Äh, meinen, ne? Mh, nö. John McCloud? Nobody? Ja, ja, genau den meine ich. Ja, abonniert nobody. Einfach gar keinen abonnieren, also niemanden, also gar kein Problem. Mh, mal spießend ein Deck. Ja, ich, ähm, ein schönes. Ich muss nur kurz mal... Eine Karte, die du bestimmt kennst. Ah, okay, ja, ich weiß, wie ein Tick das ist. So, ähm... Bisher nicht wirklich viel gebraucht, aber okay. Okay, das ist es doch nicht. Oh, du weißt, was wie glücklich das ist. Das ist mein Flughaie. Auf dem Airport, äh, oder sowas, ne? Vor allem, Fly-Fank wird so Flughaie. Das ist, ja, irgendwie... Also, ich seh im englischen Text kein Shark, aber okay, 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 hey! Wie würdest du's denn übersetzen? Ja, zumindest würd ich nicht high sagen. Oder siehst du im englischen high? Ja, würd ich high sagen, guten Tag, oder so. Oh Gott, der war so billig. Scheiße, oh nein. Ach, ist das in Ernst? Wenn du mich so bestrafst damit, dann muss ich dich jetzt zurückbestrafen. Hey, 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 hey. Ich hab gar nichts getan. Nein, 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 nein. So, weißt du, warte. Friss. Echt jetzt? Weil... Die hätten trotzdem zerstört werden müssen! Ja, warte, weiß ich. Nee, die Kette geht von hinten los. Ich hab sie aktiviert, also, warte. Bist du in Ernst? Ich hab nicht gesagt, dass die Kette von hinten kommt, sondern von hinten losgeht. Wenn der Schmerz von hinten zieht. Ja. Ja, ich, ähm... Das tötet ihn. Bevor es Eier legt. Ich hab Eier. Spiegeleier. Du hast Eier. Ja, Spiegeleier. Das muss ich mal beweisen. Aus Bodenhaltung. Sag mal, nu reicht dit! Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ja mag es nicht einfach mal kacken gehen nee nee das ist gerade nicht möglich ich glaube ich habe hier in dem dick gar keine karten doch habe ich wohl okay ich habe das dick nicht geändert ich erlaube dir schwer kraft bindung jetzt direkt zu aggregieren das ist mir doch egal ... aber du wirst trotzdem angegriffen. Das finde ich nicht... Hä? Ah! Falls diese Karte... Jajajaja... ... angreift, füge deinem Gegner durchschlagenden Kampfschaden zu. Am Ende der Battle-Phase, falls diese Karte deinem Gegner einen Kampfschaden zufügt... ... verbanne diese Karte bis zu Ende deiner nächsten Semmalfase. Komm, aktiviert ein Schweckeres Bindel. What? Ich warte auf eine richtige Gelegenheit. Ja, 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 ja... ... Aspirin. Oh? Oh, geil. Hm. Sag mal, was, was tust du da? Spielst du mit dem Friedhof? Das ist wie das so anhand der Leichenschändungen betreibt. Friedhof der Kuscheltiere. Ist ein guter Horrorfilm, das musst du dir echt mal angucken. Das Schlimmste ist, ich kenn den. Ey, ich hab jetzt zweimal magischer Zylinder geklatscht bekommen. Und einmal hast du direkt angegriffen, ey. Was kannst du eigentlich? Ich kann die ganze Menge Dessert herausfinden, was? Nein. Schade. Schokolade. So, du bist. Was bin ich denn? Lass uns wirklich wissen. Nein. Okay. Ja, ich muss durchkommen. Ähm. Noch, ne, bitte nicht. Die Ärzte sagen, dass du es nicht schaffst. Oh Gott. Weißt du, die Ärzte, die haben Schweigepflicht, ne? Die dürfen nicht singen. Nur mal so. Für dich. Was ist los? Ich hab grad nicht so gehört. Ja, ne, ne. Ist alles okay. Ist alles okay. Ich, äh. Ich wollte nur mal eben... Ne? Was ist los? Ich hab nur irgendwann von Schweigepflicht verstanden. Ja. Haben wir sie nicht alle. Das ist ein bisschen scheißvieh. Ja, jetzt kommt ne Exis, so. Ahem. So, machen wir mal das hier. Ja, klar. Noch mehr Fragen? Wir können ja drüber reden. Ja, bitte. Was? Was? Ach so. Ja, da stand dreimal Fragezeichen. Was soll ich denn da? Ja, das ist dann... Ähm. Es soll dir ne Botschaft mitteilen, dass du eigentlich hier, ähm, der Hitler bist, ne? Wer bin ich? Der Hitler. Ich hab Hitler verstanden. Oh, Gottes Willen. Sagst du, du kennst Batman nicht. Doch, aber ich hab den Hitler verstanden. Mhm. Klar. Mein Land braucht nicht. Jawohl. So. Ach, ich muss noch bis nächste Runde aushalten, dann ist das Monster weg. Find ich gut. Ob du das schaffst. Äh, ja. Über die Weg. Let's go! 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 Kuck! So, ne. He he. Ja, komm. Ich ruf einfach mal Bese. Einfach. Because I can! Hey, das ist mein Lieblings Monster. Behandelt ihn sorgfältig, ja, und beschändelt ihn nicht. Was? Klaberst du? Was laberst du? Was laberst du? Äh, was laberst du? Kriegst Dreck auf die Fresse. Was? Ich krieg Dreck auf die Fresse? Ja, 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 ich kann ja gar nicht angreifen. Da, 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 damm. Ups. Da, 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 damm. Süder, blöder Sack. Blöder Sack, blöder Sack. Erzähl ich. Du hättest jetzt auch kein Exismus abhängen lassen müssen. Dann hättest du es angreifen können. Äh, doch, hätte ich machen müssen. Nee. Ja, du hättest dann halt 2000 Punkte Schaden bekommen, ansonsten nix. Ja, trotzdem. Ich mein, ob jetzt du einen 2000 Schaden krieg oder später. Hättest du wenigstens angreifen können. Quark. Quark mit Soß-Hollandais. Aber du bekommst jetzt sowieso die ganze Zeit Schaden, ne? Ich muss eigentlich jetzt nur noch ein paar Runden warten, dann... Vielleicht ist ob ich dich dafür, ähm... Ob ich, äh... Die das kreaturentauschen, dumme Sau, ne? Naja. Jetzt weiß ich, was du planen hast. Schmerz. Okay, jetzt kenn ich... Ja, 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 ich kenn das Deck irgendwoher. Ich weiß es, ich weiß nicht, woher her, aber ich weiß es. Ich kenn das. Woher? Ich weiß es nicht. Eins, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, weiter, geht's. Ha, es war ne Finte. Tschüss. Du bist rüber. Frage. Was denn? Warum hast du nicht einfach gewartet, bis ich vernichtet werde? Weil du kreaturentausch ziehen könntest und dann... Ne? Wechselst du das Monster und dann... Tonung könnte. Ja, und so kann ich halt direkt eingreifen mit 2500 und, ja... Nehmt alles selbst in meine Hand. In die Hand nehmen. Das klang... So soll das klingen, ja. Ja. Was ist denn? Ist ne Karte. Ja, 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 ja. Hab ich gemerkt. Ach, weil mir da drauf gesagt... Ja. Das war doof. Ich weiß. Ich hätte es eigentlich gewonnen. Hätte, hätte Fahrradkette... Ich hab mich verklickt, verdammte Scheiße. Oh, willst du auf den Arm? Ja, bitte. Komm, selber nicht. Nein. Ich lass dich fallen. Nein. 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 Das erlaub ich dir nicht. Ja, ja. Ich hol meinen kleinen Bruder. Okay. Ja, ja. Ich kapiere, ich kapiere. Du bist angepisst. Ich wieso? Boah, weil du hier Monster beschwörst. Ach, du Quatsch. Tschüss, ne? Ich verander'υ Und dann. Vielen Dank.